Und das, Alter, hat er viel Leben. Alter, der Typ ist irgendwie krass. Alter, Alter. Hat der mal eben Buttersplot gemacht? Ich habe nur noch einen Wiederbelebungstrank. Ich muss mir dringend mal neue kaufen. Und das geht hier mal gar nicht klar. Dann fuhre ich den jetzt mal abzugucken. Das ist krank, wie gut der Typ ist. Ich kann ihm höchstens mit dem Hammer nochmal eine geben. Kann ich mal einen Machtdrank trinken hier. Der vielleicht sich mal nicht heilen kann. So blöd ist das vielleicht nicht. Alter. Das hat einem Schaden gemacht. Vielleicht sollten wir auch mal auf den Kollegen da gehen. Komm. Ein bisschen kann er auch abbekommen hier. Heiliger Bonusschaden. Vielleicht trinkt Butters auch nochmal einen Machtdrank. So und jetzt eine Fähigkeit. Blitz. Blitz. Hier wird den Blitz. Diesmal auch rechtzeitig. Oh yeah. 17 HP hat er noch. Jetzt musste ich gerade niesen. Und jetzt habe ich die Attacke verpennt. Das kann doch nicht sein. Ich hätte den fertig machen können. Aua. Wir machen jetzt Platz. Weg. Jawoll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der Kollege hier auch verschwindet. Wenn wir den krassen Typen fertig machen. Aber das war leider nichts. Ich habe noch weniger da muss. Butters erstmal warten mit seiner Hörer. Sie. By the hammer of Butters. Ich nehme mal einen Schneeball. Damit der ein bisschen langsamer wird. Ja gut. Aber das hat noch 3 HP. Brauchst sowas von Gesundheitstrang. Na vielleicht kann ich die Idiot. 35 HP hat der noch. Kriegen wir hier mit hin. Oder auch nicht. Die Waffe ist irgendwie schwach. Ich glaube ich wüsste mich mal wieder mit der anderen helfen. Wo ist der König? Er ist da. Er hat schlecht geholfen. Gut, dass meine Medizin-Skills sind plus 4. Wir werden den Wizard veröffentlichen. Ihr seid nach oben. Okay. Natürlich nehmen die sich die einfachere Aufgabe. So jetzt muss ich mal gerade gucken. Dass ich mir eine andere Waffe ausrüsten kann. Elfische Kurzbogen. Ja ist jetzt sehr schwach. Aber. 16 bis 22. 18 bis 26. Plus 20 Feuerschaden. Mal 3. Okay. Ich habe im Moment keine guten Waffen. Moment mal. So. Let's go. We got to get to the princess. Wait a minute. Listen. They're raping the princess right now. Where the fuck is it? They're raping the princess. Yeah, genau. Yeah, genau. Bam. Oh, shit. Das war nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Ich lege erstmal das ganze Zimmer in Schutt und Asche. Kann man machen. Muss man aber nicht. Noch den. Aha. Kann ich denn nicht. Hey. Kann ich den denn nicht so fähig machen? Einen Waffenaufsatz bekommen. Na gut. Mal gucken. Und so. Man legt hier das Haus in Schutt und Asche. Das war das Bett. So. Princess Kenny. Kann ich den noch looten? Ne, kann ich nicht. So, Batters. Kommst du mit oder bleibst du da oben? Hm. I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob bar. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Okay. Can I do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Dammit! There's got to be another way into this room. Hm. Hey, let us up. You're not getting up. The ladder is up here with me, and I'm sure as shit is not coming down there. Was, wenn ich dich abschließen? Oh. Ich glaube, da muss ich jetzt mal meinen Part noch zu Kenny umändern. Ach so, ist schon. Okay. Ich will die auch nochmal wieder drauf reinfallen. Moment mal. Den dooten wir noch. Dann nicht. Okay. Okay. Wieder eine Fledermaus, wo wir gegen schießen können. Jawohl. Ich habe gerade gedacht, jetzt hätte ich den schon weggelockt hier mit der Fledermaus. Ich würde eigentlich gerne die Laterne abschmeißen. Warum kann ich die Laterne nicht abschmeißen? Habe ich jetzt zuerst geschlagen? Ja, doch. Ich habe zuerst geschlagen. Ach, jetzt auf einmal haben wir diese 61 Schaden. Also irgendwie. Das war's schon. Easy. Und noch ein Chip-Pokémon gefunden. So. Da blinkt doch irgendwas. Oh. Baufällig? Oh. Du hast nichts mehr, Ranbarred. Gib mir das Stück der Wahrheit. Geh es von mir, wenn du kannst, Wizard King. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D. Und erfülle deine D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D-D. Alter. Okay, weil es beim Zeitraum nicht mehr so lustig ist wie beim ersten Mal. Ach, ja. D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D-D. Alter, warte. D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D. D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D. Komm, so lang kann das nicht dauern. D-D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D-D-D. D-D-D-D-D-D-D-D. D-D-D-D-D-D-D. Steck jetzt auf und erfülle deine D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Aha. Du bist kein St granting für einen großen Wizard. Der Stück liegt bei uns. Und ich werde alle So richtig feige mit dem Oh, er ruft seine Elfischen Ratten Willst du den Taste von Salten-Pork-Rumpen in der Mathe? Kann ich damit? Ja, damit kann ich mir auch Oh, die ist geplatzt Oh, mein Nachhinein, jetzt hat der Candy zum Einpinnen gebraucht hier Kann ich Candy irgendwie aufwecken? Aber er hat auch seine Ratten zum Einschlafen gebracht, also eigentlich Lieb des Schadens Alter Du kannst mich Oh, der war geschützt Die ist auch geplatzt So, und Candy lebt wieder So, ist aufgeplatzt Jetzt haben wir nur noch Jimmy So, ich kann doch mit Candy, kann ich doch auch Hier So, ich kann doch Oh Alter Damit seinen Liedern, Alter. Das kenne ich schon zweimal zum Einpennen gemacht. Wut einpackt. Wir haben mal einen kleinen Machttrank. Dürfte ja reichen für eine... Oh, jetzt habe ich einen Mana-Trank genommen. Und einen zu schwachen Mana-Trank. Oh, das war jetzt super gut. Danke. Dass du Kenny wieder aufgeweckt hast. Finde ich cool. So, hat Kenny noch? Ja, Kenny hat noch. Halte ab, bis Kenny funkelt. So, machen wir noch mal. Kann man auch die Begleiter tauschen? Ja, man kann auch die Begleiter tauschen. Dann nehmen wir doch mal Butters. Begleiter tauschen. Ja. Ich würde gerne Butters nehmen, weil der diesen Blitzhammer da hat. Den Hammer der Stürme, der ist ganz gut. Ich bin mächtiger als... Aua. 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 Alter. Der hat mich knallhart umgebracht. Und ich habe keinen Wiederbelebungstrakt mehr. Jetzt muss ich mit Butters kämpfen. Oh mein Gott. Oh, Alter. Shit. Jetzt muss ich mit Butters kämpfen. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Oh, Alter. Aua. Ja, Butters, das kannst du jetzt... Warte mal, kann ich mich mit der... Ne, kann ich nicht. Tod. Shit. Machtstrang. Dann nehme ich einen Machtstrang. Und dann bekommst du mal den Hammer ins Gesicht. Aua. Healtstrang. Äh, Gesundheitsstrang. Entschuldigung. Und nochmal der Hammer. Ne. Aber ich müsste nochmal einen Machtstrang trinken. So. Jetzt, äh, kommt nochmal der Hammer der Stürme. So. Vier HP. Sehen wir, was du machst. Jimmy. So. Ah. Wir haben doch noch mit Butters besiegt. Wir haben ihn mit Butters besiegt. Oh.